Hallo meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu, ähm, ja, zu, was denn, ja, zu den Syndicate Games. Heute mal eine kleine Runde, weil die Syndicate Games, die wurden vermisst, wurde mir halt über ein Formular, das in der Beschreibung ist, weil mir wurde, hallo, mir wurde mal wieder eine Challenge zugesendet, also eigentlich beginne ich heute, als die Challenge ist, ähm, ja, was sind denn überhaupt diese Challenges? Also, ihr könnt mir halt einfach nur Fragen stellen, so, also ihr könnt mir halt eine Challenge oder ein Gameplay vorschlagen, und, ähm, da hat der, hat mir der Liebe-Lieber-LP zugesendet. Spiel doch mal wieder Syndicate Games, das macht immer so ganz wunderschön viel Spaß. Ja, ja, okay, dann gesagt, getan, ich spiele jetzt gegen den 2001-Piat-Filmeschernamen. Ja, genauso komme ich hier als heute, hehehehe, also, wer meine Witze versteht, weiß, was ich meine. So, dann haben wir noch eine Truhe, auch wieder Erfahrungsflöschchen. Ups. Ich spiele irgendwie noch nicht, aber ich habe auch irgendwie keinen Loot. Das ist gerade relativ schlecht. War ich hier schon, na, er war hier anscheinend schon. Oder hier war, glaube ich, seine Startposition, dann gehen wir mal hier hoch. Mist. Wie gesagt, das soll heute auch nur so ein kurzes Gameplay werden, weil ich auch gar nicht so viel Zeit hatte. Und still kommt nochmal zu Donnerstag, dass da, ähm, kein Video kam. Äh, ich hatte einfach jetzt keine Zeit. Und, ja. Ja, so ist das halt. Das lebt mir schart. Und, ja, hehehe. So. Korne. Ähm. Ja. Es hat natürlich kein Schwert, das ist ein bisschen Kacke, um es auf gut Deutsch zu erzählen oder erzählern, äh, sagen, heißt das doch. Also, Lato, äh, du bist doch verkackelt, du bist der schlechteste YouTuber der Welt. Du kannst kein PvP. Ja, ich weiß, ich kann kein PvP. Ich gebe es dir auch zu. Ich bin ein ehrlicher Mensch. Ich bin schlecht in Minecraft. Äh, in Minecraft bin ich nicht schlecht. Ich, die ich, sie, halt kreativ ist, ist mir, äh, ich bin halt sehr unkreativ. Nein, du bist ja eigentlich für die Kreativität da, aber das ist ja mit PvP gespiele. Und ich halt noch keine richtige PvP-Taktiken haben. Ach, Taktiken. Taktik habe. So, ich spring hier mal wieder runter. Hier ist nichts Besonderes. Uuuuuh. Wann springen wir hier mal runter? Da unten ist doch eh keine Kiste. Das ist ein Verzeihbarungstisch. Ähm, diese Runde wollte ich eigentlich relativ kurz halten. So wunderschön gelootet. Aber dass ich kein Schwert habe, regt mich auf. Ähm. Okay. Tust, ich habe kein Schwert. Ich frage ihn, ob er verspielen will. Das heißt, 1 vs. 1. Ich frage ihn jetzt einfach. Geil, ob ich überlebe oder nicht. Okay. Have you scored? Fair, fair, komm. Komm. GG. I did not... Ach, komm. Komm, lass deinen meinen neuen Führer auch nicht verpasst. Ja. Kack, kack, Skype. Naja, es sollte ja auch noch eine kurze Folge werden und euch einfach mal wieder eine Challenge zeigen. Und das war eine Challenge. Ihr konntet mir, äh, erster Link in der Videobeschreibung. Ist ein Formular, da braucht ihr euch nicht anmelden. Und, ja. Das wär's. Viel Spaß. Heute noch am Freitag. Schönes Wochenende. Obwohl wir uns eh wieder wahrscheinlich sangstert sehen. Okay, das heißt, tschüss. Tschüss. Tschüss.